World Cup 23. Juni 2014 USA vs Portugal Kommentar von deseltsam kennst du Video, die USA haben ihr erstes Spiel gegen Cana mit 2 zu 1 gewonnen, Portugal hingegen hat sein Spiel gegen Deutschland mit 0 zu 4 verloren. Für Portugal geht es jetzt also um alles oder nichts. Ich denke, Portugal könnte es schaffen, da ich Portugal stärker als die USA einschätze und ich denke, Portugal dürfte dieses Match gewinnen.